Der häufigste Fehler einer Schamlippenverkleinerung besteht darin, dass der Abschnitt unterhalb der Klitoris zu stark gekürzt und oberhalb der Klitoris der Überschuss an Gewebe belassen wird. Das ergibt immer das Bild eines kleinen Penis, was ästhetisch sehr unschön aussieht. Wurden die Schamlippen unterhalb der Klitoris zu stark gekürzt, kann man sie durch den Gewebeüberschuss oberhalb der Klitoris rekonstruieren. Dabei wird zunächst der Rest des noch bestehenden Schamlippensaumes geglättet, danach werden oberhalb der Klitoris zwei seitliche, längliche Läppchen umschnitten, dann nach unten geklappt und anschließend seitlich des Vaginaleingangs eingepasst. Durch dieses Verfahren werden zu stark gekürzte Schamlippen rekonstruiert und gleichzeitig der Anteil oberhalb der Klitoris verkleinert und gestrafft.